Ein absoluter Spitzenvortrag. René Meyer aus Deutschland. Ein Mann, der in den letzten zwei Jahren einen enormen Muskelsprung nach vorne getan hat. Insbesondere so eine Beinmuskulatur. Schauen Sie sich diese Quadrizeps-Formation einmal an. Man könnte sagen, in dieser Hinsicht so etwas wie eine Nachfolge von Tom Platz. In den 80er Jahren bekannt für die stärkste Beinmuskulatur im internationalen Bodybuilding. René Meyer ganz offensichtlich auf dem Weg, seine Nachfolge anzutreten. Aber auch der Oberkörper kann sich sehen lassen. Wenn René Meyer im nächsten Jahr noch einmal Fortschritte macht, sich weiterentwickelt, kann er sicherlich nur noch stärker werden. Er hat eine Beinmuskel, die stellt er zur Schau.